Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within auf Pelzig. In der letzten Episode haben wir herausgefunden, dass unser Bastelkastel hier durch Spickel in die Klinik reisen kann, wo er seine Attribute auffüllen kann. Und den freundlichen Cop, der den Crash gebaut hat und uns aus der Klinik gerettet hat, den haben wir schon über den Haufen geschossen. Und generell war es so ein bisschen Tutorial, zeige ich wieder. Und ja, wir finden jetzt mal weiter raus, wo wir hier eigentlich sind und was wir zu machen haben. Der Leslie Nielsen, Herr Marr, wieder getroffen. Und der ist uns fortgerannt. Oh je. Oh je. Das stinkt noch Ärger hier, oder? Okay, oh. Mhm. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich hab keine Ahnung, wo. Girl, nicht weiter. Okay, also merke, Licht aus Gebäude in der Ferne lässt Stacheldraht um deinen Körper wickle. Scheiße. Scheiße. Automatisches Zielen. L2 halten. Zielen, wenn du dich in einer bestimmten Entfernung zum Gegner befindest. Du visierst automatisch den nächsten Gegner vor dir an, solange du die Taste gedrückt hältst. Okay. Da haben wir noch eine riesige Flasch, wie wir das aus The Last of Us noch kennen. Und schmeißen wir den auch gleich mal auf den Kerl da, oder? Batsch. Okay, das ist nichts weiter. Batsch. Ups. Der hängt ja noch mit dem halben Kopf weiter, der Kerl. Also, das mit M-Messer im Ranze gehen, die Kollegen ja nicht lang hemen. Uah, uah, uah. Er ist da auf. Er ist da auf. Du, Sausack, kann ich da auf den Boden drauf treten, oder so? Zack. Gibt's was auf der Washing? Oh, scheiße. Also, da muss ich manuell nochmal drauf schlachen. Uah, neun, bin ich jetzt infiziert? Uwats. Und jetzt gibt's was auf dem Watz, Mann. So. Hopp. Äh. Noch voll die Crème de la Crème abkriegt, aber du hast es wieder absorbiert. Also sei Persilhemd des Held. Die Imprägnierung hätte ich gerne. Hat ja Rinder. Sehr gut. Munition. Die hat ja auch da in der Waschzug vom Ackermannsheins schwimmen können, ohne dass er blutig war, ist der Fuhr. Warum auch nicht, ne? Also, der muss ja saugute Klamotten haben, der Kerl. Okay, da geht's irgendwo weiter. Ich will aber vorher noch in die Hütterei gehen. Mir haben anscheinend jetzt gelernt, dass es irgendwo in der Ferne ein Gebäude gibt. Vielleicht die Klinik. Und wenn man da Licht abkriegt, dann wären normalos irgendwie zu denne Zombies. Oder was wir da vor uns hängen, zu denner Stacheldraht-Zombies. Du hängen mal, was hängen wir da drin? Streichhälzer, saugut. Fünf Hälzler. Da können wir schon jemanden anzünden. Weißt du was? Ich geh einfach auf Nummer sicher. Ich will die Leitart zünden. Ich will keine böse Überraschung erleben. Aber die Knabe, die wir jetzt gerade draußen niedergemacht hängen, die hängen's wohl schon hinter sich, ne? Okay. Gut, die Spritz. Die flöten wir uns doch auch gleich mal rein. Und Plätsch. Schrei damit. Immer in dieselbe Eistichlöcher. Und Munition. Ja, super. Geil die Scheiße, oder? Da haben wir noch einen versteckten Tischschrank. Okay, also wir hätten theoretisch auch in der Verstecklmischschrank reingehen können. Warten können, bis die Kerle vorbei sind. Und dann hätten wir hier den Schleichmichel machen können. Und wenn wir im Schleichmichelmodus sind, hätten wir sie von hinten messen können. Könnte ich mal auch mal merken für zukünftige Ereignisse. Jetzt haben wir da wieder die Quallenarmbrust gesammelt. Dann sind wir in dem Gebiet auch gewesen. Das ist so, jetzt mag ich da mal ganz gern gucken, woher dann das Funzellicht kommen ist. Von da hinne, ne? Von da hinne kommt das Zombielicht. Und das sieht meiner Meinung nach aus, als wäre das hier der Glocke-Turm von der Klinik gewesen, ne? Das Auge beobachtet uns. Da hockt anscheinend der Zombiesauron drin. Und jeder, der in den Zombiesauron abglotzt, der wett zum Freako. Gehen wir da irgendwie rüber? Haben wir da so einen Fährmann oder so, der uns rüberschiffen könnte? Das wäre ganz cool. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Okay. Alles klar. Also wir wissen, da geht irgendeine komische Scheiße ab. Da haben wir neben dem Gesundheitsbalker unser Ausdauerbalker. Das wissen wir da auch Bescheid. Ah, da hinne ist noch so ein Dark Dieb, sehe ich, in der Ferne. An den versuche ich mich jetzt mal anzuschleichen. Aber ihr wisst, wenn ihr mein Let's Play so verfolgt habt, Yankee und Heimlichkeit, das ist wie Elefant und Porzellanlade. Das passt einfach nicht. Ich mache immer die Pelzer-Methode. Ich drehe immer am liebsten der Ei und schieße alles über den Haufen, was geht. Aber, na gut, probieren wir es halt mal. Das ist immer mal nicht so. Und das Spiel hat den Modus auch nicht für ein Ei gebaut. Ich glaube, gerade auf der höhere Schwierigkeitsgrade wäre das nicht schlecht, ne? Okay, ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht, der Bursche. Weil wenn nicht, dann würde ich mich gerade von hinten anschleichen wollen. Da glotzt er gerade ein bisschen dappich aus der Wäsch. Und ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich mag jetzt nämlich auch nicht U-Menge an Munition verschwenden. Aber, ah, okay, drüber klettern kann ich. Und jetzt gibt es was in der Wärsching. Also, Batsch. Jawoll. Geht doch nichts über gutes Messer, oder? Ich glaube, der hat es auch in der Sicht. Der wird wohl auch nicht mehr aufstehen. Und der ist auch anscheinend sehr friedlich gestorben, wenn ich mit ihm sein Gesicht zu A gucke. Also, cool gemacht ist das schon mit den Zombies hier. Da kann man nichts sagen. Ich los den jetzt mal in Frieden. Warte, noch was. Ah, da ist noch eine Rieslingflasch. Okay, die Rieslingflasch, die nehme ich auch. Man weiß nie, wozu die mir gut ist. Drei Streichhälzler. Ach Gott, der hat Kraftprotz, wie er nur fünf Streichhälzler aufnehmen kann. Na gut, dann zündet man halt auch. Dann nehme ich noch ein Streichholz mit. Sicher ist sicher. Wenn wir es haben, dann sollten wir auch den Luxus ausnutzen, oder? Gut. Da nehme ich dann nochmal das mit. Ach Gott. Okay, da haben wir nochmal Ursuppe drin. Und ein Deal. So Bastel-Deal. Okay. Ups, sorry. Jetzt habe ich die Rieslingflasch, glaube ich, kaputtgeschlagen, oder? Ne, nur das Fenster. Na, das ist so ziemlich hart, die Rieslingflasch. Die kommt bestimmt aus dergern. Uppala. Da haben wir wieder einer. So. Irgendeiner sieht mich. Scheiße, scheiße, scheiße. Da kann ich dich irgendwie abwerfen, oder so, wenn du gerade so gegen den Zaun rennst. Ja, sieht so aus, ne? Batsch. Okay. Gut, das läuft doch gar nicht mal so schlecht. Ich könnte natürlich immer besser laufen, aber auf mein Verhältnis ist das doch gar nicht mal so übel. Ich tät eigentlich den Kadaver lieber nimmer und du in die Flamme reinschmeißer. Das halte ich für sinnvoller. Na gut. Dann halt net. Vielleicht soll ich mein Lämpel auch ausmachen, oder? Vielleicht hat er mich das der Wege gesehe. Okay. Du, machen wir nochmal. Ich tät ganz gern hier, äh, mein Deleisammler. Oder geht es dort drüben nur? Okay. Du geht's. Und zack. Entschärft. Du geht doch bestimmt ein Schrank auf. Ah. Geht doch nichts über Gutes hier in Gel. Okay, als nächstes würde ich sagen, den ich definitiv bei der Upgrades mehr Streichhälzle tragen wollen. Das ist mal einfach sicherer so. Okay, dann nehme ich jetzt nochmal die Rieslingflasch mit. Sehr geil, das hat mir schon seit der Last of Us gefehlt, dass ich wieder Rieslingflasch sagen kann. Okay, du gehst jetzt da rüber. Und dann schnapp ich mal dich nämlich ordentlich und petz da nochmal ein Messerle in den Kopf. Zack. Wetsch. Und weg bist. Dann zünde ich dich nochmal an, zur Sicherheit. Und hol mal die Munition aus deinem brennenden Kadaver raus. Okay, dann sprinten wir nochmal zurück. Holen uns da nochmal Streichhälzle. Okay, das war jetzt schon zu vielfachen. So. Wunderbar. Dann sind wir jetzt wieder voll ausgestattet mit unserem Kruscht. Oh. Und was ist da? Bärenfalle, oder? Bärenfalle entschärfen. Schleichen plus entschärfen. Okay. Ja super, da kriegen wir auch wieder Dele. Nein, 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 nein. Scheiße. Ey. Mit grad wieder reingedappt, du dumm Kopf. Gibt's dann sowas? Kann ich das vielleicht irgendwie jetzt nochmal entschärfen, oder? Weil de Bledmann reingelatscht ist, gibt's das nämlich. Deswegen schalte ich die Helligkeit normalerweise auch immer höher, damit ich so einen Quark ach seh. Hö. Irgendjemand hat mich gesehen. Hoppala. So. Bleibst du dicke. Ich hätte dich gern auch gezündet, mein Lieber. So. So, ist das doch besser, oder? Und da unser Knabe hier aus Pappe und Zeitungspapier bestehen, sind die auch sehr schnell entflammbar. So. Roll ich mal hier nochmal das Deel. Und wir sind schon wieder ordentlich unter, was die Gesundheit angeht. Also das gefällt mir nicht so gut. Oh. Beinahe wäre es wieder passiert. Ist wohl besser, dass ich dann hier meine Lämpel eingeschaltet habe, die ich sage. Okay. Da geht's wohl... Ah, da geht's noch nicht weiter in ein wichtiges Gebiet. Okay. Die dich nämlich da ganz gern noch reinschluppen in das Loch. Ja, seh. Hopp. Hopp, Bastl. So. Okay. Da haben wir nämlich noch grüne Suppe, habe ich gesehen. Jawohl. 700. Ja, geil. Ansonsten gibt's da wohl auch nicht mehr viel. Da ist alles schon verbrannt. Und in die Brennhütte renne ich normalerweise nicht rein, wenn sich das nicht lohnt. Okay. Da ist nochmal was zum Entschärfen. Um die Glut rum. Und zack. Hol das. Ja. Ich jetzt sage, da schreit irgendwie noch eine Bastelstunde, oder? Wenn man nur genug Gruscht gesammelt hat, kennen wir auch gleich bestimmt irgendwas Bastler. Dann tät ich... Ah ja, das war genau. Das war der Raum hier. Dann dürfte ich soweit alles durchsucht haben. Du gehst wahrscheinlich weiter in die Geschichte. Und dann würde ich nach Donai gehen. Ah, Doniwe ist noch ein Rot gespannt, sehe ich. Dann sack ich jetzt auch noch ein Ei. Quatsch. Neun Dehler. Ich bin mal gespannt, wie viel ich eigentlich dann brauche. Ah ne, da war ich auch schon. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viel ich von dem zeige ich dann später eigentlich brauchen, was zu Bastler. Wirklich wahrscheinlich kann ich irgendwie nur zwei, drei Dehler machen oder so. Gerade mit dem, was ich zur Verfügung habe. Okay, das ist alles irrelevantes Klärgebiet, aber trägt zum Ambiente bei. Gut. Dann dürfte ich sagen, wir hängen soweit alles, ne? Und dann machen wir hier den Mechanismus rein. Eeeh. Wo kommt denn ihr her? Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Aus so einem Pausen. Bitte sehr. Eeeh. Kurzer Typ. Eeeh. Uiuiuiui. Laden hoch, laden hoch. Oh Gott. Mann. Scheiße. Okay, dann hat es wieder zerroppt. Wie sieht es mit dir aus? Du bist immer noch gesprengelt, ne? Okay, du greifst du episch den Zaun an. Uah, Mann. Na Allah. Hä? Scheiße. Mann, oh mei, da hat keiner von euch Buwe oder Spritze dabei oder so. Ah, nee. Ach, nicht, wenn ich euch auch zünd. Ich glaube, manchmal kommen erst die Gegenstände, wenn ich die Kerle, du auch zünd, ne? Wenn die was bei sich oder so. Scheiße, 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 scheiße. Ich merke bei dem Spiel und zack, fliegt er wieder fort. Ich merke bei dem Spiel, ich sollte eher auf Sache auf dem Boot achten. Ich habe die Knabe jetzt überhaupt nicht rumliegen gesehen, um ehrlich zu sein. Aber jetzt haben wir freie Bahn. Jetzt können wir mit mehrfach X das Ding aufmachen. Das erinnert mich total an die Spanier-Siedlung, an Pueblo, aus Resident Evil 4, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß schon, warum ich das damals so empfunden habe, dass das Spiel wie moderneres Resident Evil 4 aussieht. Jetzt weiß ich ja wieder, woher der Eindruck kommt. Kontrollpunkt. Oh Mann. Nur noch ein Schuss im Lauf. Dann könnte man uns eigentlich auch gleich selber setzen, oder? Gehe ich erstmal in die Hüt hier rein. Bevor da wieder irgendwas sauwiderliches kommt. Ich weiß hundertprozentig, dass was sauwiderliches kommt. Da kann ja jeder drauf kommen. Du, hey, mal spritzen, na Allah, na Allah. Äh, das will ich da. Und dann will ich mal reinföhnen. Zack. Und da ist noch ein Spritz. Super, sag. Hoppla. Bisschen Rage against the Machine. Und noch Annie. Weil's so Spaß macht. Kartenfragment 3. Beacon Mantle Hospital. Okay, das ist wohl das, wo wir am Anfang drin waren. Heißt das, dass ich jetzt schon eins und zwei verdummbeitelt hab? Naja. Das sind mal wieder so Sammelgegenstände. Die hab ich sowieso nie. Also selbst wenn ich das auch für mich spiele, die. Ich tät sowas gar nicht finne, um ehrlich zu sein. Weil ich stolper nur über die Dinger, die mal zufällig so über den Weg laufen. Aber wenn ich du dann nicht... Wenn ich nicht in einer Komplettlösung... Oh oh. Wenn ich in einer Komplettlösung gucke, geht. Dann wüsste ich gar nicht, wo das ist alles. Ach du Scheiße. Nee. Ich sollte dringendst weg. Ach, kannst du jetzt noch rennen, Kerl. Hopp. Also mit M sieht das ziemlich schlecht aus. Oh Mann. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Also da hab ich gelitten, Brigitte. Eindeutig. Also Bastel. Hörst du auf. Uff. Bist doch einfach ein dumm Batzer, oder? Mann, oh Meter. Okay, ich Memo an mich selbst. Nie renne, bis die Erschöpfung ganz do ist. Scheiße, die waren da. Jetzt hab ich nix mehr. Okay, komm. Du kriegst noch einen auf der Versching. Ich weiß nicht. Ich glaub, du... Sollte ich mich eigentlich auch gerne ganz durchhaken, ne? Ich glaub, das setzt das Spiel gar nicht voraus, dass ich das eigentlich machen soll, ne? Scheiße. Okay, da heißt es jetzt eigentlich Renner, ne? Die kommen mich beim besten Willen nicht an. Nee, jetzt mach doch nicht wieder deinen Verschnaufpaus. Ja, aber grad sag ich, der nächste Mumie-Kopf war doch nur, der ruft dich zu krabbeln. So, und jetzt... ...drehst du dich um und rennst du über die Brücke. So, jetzt gehen wir hier fort. Scheiße, nichts wie weg von hier. Ja, meine Rede. Scheiße, es war schon wieder viel zu viel Spritze verwendet, ne? Ja, wieder Spritze verschwendet wie die Sau. Ja, das war schon wieder. Okay, Kapitel 2 überlebt. Ja, super. Äh, ich muss... Ach, Sache, die Knabe erscheinen mir nicht grad wirklich wie klassische Zombies. Weil man hat ja gesehen, sobald die Geschichte gelaufen ist, sind die eigentlich wieder umgedreht und sind gegangen. Die gucken wir auch eher vor wie so Lars Plagas infiziert als Resident Evil 4. Also der Eindruck verstärkt sich immer mehr, muss ich sagen. Und da haben wir jetzt hier wieder so eine super Passage hin. Und hier gespeichert hin, würde ich doch sagen. Aber wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode von Let's Play Resident Evil. Sag ich schon, Himmel, Herrgott. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode von The Evil Within. Uff, pelzig. Bis dahin, machens gut. Eiern. Yankee.